In dieser Mehr-Video-Arbeit geht es um den Vorwärtsfußrega auf koreanisch, Wir fangen an mit Pi Baki und setzen den linken Fuß kurz nach vorne, eins, setzen ihn wieder zurück, zwei, nicht absetzen, sondern in der Luft halten, drei nach vorne, Oberkörper mit nach vorne, beugen, dann kommt der eigentliche Heropzidie mit der Flusszone über die Erde schlenzen und nach vorne durchschlicken, drei, zurück in Kuhnstil, Kuhnstil und andere Seite, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Ganz wichtig ist, dass man den Rücken erst nach vorne und dann nach hinten durch, eins, zwei, nach vorne und jetzt nach hinten, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vielen Dank.